17. Dezember Tropfnass stehst du vor der nächsten Türe und bist gespannt, was dich dahinter erwartet. Ein Set für einen Abenteuerfilm, der in der heißen Wüste spielt, wäre jetzt nicht schlecht. Dann würden jedenfalls deine Klamotten schnell wieder trocknen. Aber was ist das denn? Die Türe lässt sich überhaupt nicht öffnen. Hier ist noch nicht einmal ein Türgriff angebracht. Es ist fast, als wäre die Türe nur auf die Wand aufgemalt. Und wie solltest du jetzt weiterkommen? Da erinnerst du dich an die Worte der alten Dame. Sie hatte doch von einem komplett verriegelten Set gesprochen. Das hier muss es sein. Und ihren Tipp zufolge muss ein Schlüssel in einer Schatulle versteckt sein. Richtig, die Schmuckschatulle. Während du noch grübelst, wie du sie am besten öffnen könntest, hörst du einen Lautsprecher knacken und dann eine leicht zittrige, dir wohlbekannte Stimme. Ganz schön clever. Der Schlüssel versteckt sich im Deckel der Schatulle. Aber sie lässt sich nicht öffnen. Bestimmt hast du schon festgestellt, dass du durch das kleine Guckloch im Deckel zu wenig erkennen kannst. Im Werkzeugkasten hinter der rechten Klappe findest du einen Schraubendreher. Damit solltest du ins Innere der Schatulle gelangen. Du kannst sicher besser arbeiten, wenn du dann noch das rote Lämpchen entfernst und es gegen eine stärkere Lichtquelle austauscht. Aber sag bloß nicht, Luis, dass ich mit dir gesprochen habe. Dann knackt es im Lautsprecher und die Verbindung bricht ab. Türchen 17 lässt sich nicht öffnen. Öffne stattdessen nur das kleine Loch im Deckel, der Schatulle und entferne das rote Lämpchen. Dahinter findest du nichts. Aber der Schraubendreher könne dir helfen. Ahoi, ihr Freibäuter der Brettspielmeere. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Rätlnerds. Und danke für euer Verständnis für meinen Fauxpas von gestern. Jetzt wünsche ich euch aber einmal einen schönen dritten Advent. Ich hoffe, ihr verbringt ihn im Kreise eurer Liebsten. Und natürlicherweise mit diesem Video in Verbindung mit unserem Exit-Adventskalender. Gut, wir erinnern uns, das habe ich ja gestern schon gesagt, es wird wahrscheinlich genau dieser Raum sein und wir müssen irgendwie da hineinkommen. Jetzt haben wir hier in unserem, Begleitschreiben wollte ich jetzt sagen, in unserem Geschichtsblatt etliches Schwarzfett gedruckt. Also Loch im Deckel, Kasten, rechte Klappe, rotes Lämpchen, stärkere Lichtquelle. Und was wir gelernt haben ist, wir haben noch fast nichts zerstört an dem Kalender heuer. Außer, dass wir bei dem einen Türchen die Ecken ausgeschnitten haben, um von hinten den ersten Stich zu machen. Deswegen habe ich die Vermutung, es geht jetzt los. Und zwar haben wir einen Kasten. Kasten, würde ich jetzt einmal sagen, kann man auch zu unserem Brettspiel-Adventskalender sagen. Und die rechte Klappe würde ich hier vermuten. Und was haben wir da? Schaut hinter die Pappe, dort steckt der Schraubendreher. Ich hoffe, ihr seht das gut. Und jetzt, hier steckt der Schraubendreher. Jetzt muss ich das ein bisschen zu mir drehen. Schaut hinter die Pappe, da steckt der Schraubendreher. Schaut hinter die Pappe. Schaut hinter die Pappe. Ah, da ist er, schau. Da steckt er. Daher Schraubendreher. Na, bitteschön. Da steckt ein Schraubendreher. Okay, wir machen das wieder zu. Doch nichts kaputt gemacht. Gut, der Schraubendreher. So, also hier ist dieses komische Türchen. Und... Aha. Es spiegelt. Es spiegelt. Okay. Dann schimmert es einmal da. Wenn es spiegelt, schimmert es einmal da rein. Und... Uh, wie weit geht denn da da rein? Wurscht. Wir lassen das. Aha. Aha. Okay. Wurscht. Wir müssen stärkere Lichtquelle und rotes Lämpchen. Und ja, wo ist mein Stift? Wo ist mein Stift? Wurscht. Wir entfernen. So, einmal das da. Ich hoffe, das ist jetzt schlau, was ich da mache. Und wenn es nicht schlau ist, naja. Heuer ist mir schon einiges... Nicht schlau ist schon mal eingefallen. Man erinnert sich bitte an gestern. Ha. Gut. Wurscht. Und dann sollen wir ja noch das rote Licht entfernen. Das rote Licht entfernen. Und... Und... Ja. Ich werde das aber... Ich werde den weißen Punkt, oder? Den ich eben rausnehmen sollte, definitiv entfernen müssen. Ob ich will oder nicht will. So. Es könnte... Sich nur noch um Stunden handeln. Aber mit ein bisschen... Ha. Da ist er. Mit ein bisschen Feingefühl. Und jetzt... Eine stärkere... Lichtquelle. Aha. Und was sieht man dahinter? Nichts. Okay. Wir sehen... Nichts. Aber... Vielleicht, wenn man da ganz hineinschiebt... Und... Ich hätte mir irgendwie gedacht... Dass man vielleicht... Weil da ein Spiegel hinten drauf ist, ja? Also... Hier ist einmal raus. Ich meine... Da hinten ist... Ja. Vielleicht hilft mir der Schraubendreher. Den wäre ich sicher brauchen für da. Aber gut. Also wenn ich den jetzt da rein stecke... Der Schraubendreher. So. Und es spiegelt sich. Was spiegelt sich da? Oh. Oh. Irgendwas sehe ich. 6 0 7. Probieren wir gleich. Ich habe was gesehen. Da steht 6 0 7 drauf. 6. Also... 6. 0. Hey. Der Dezember ist weg. Entschuldigung. 6 0 7. Von hier weg. Hopp. 6, 0, 7. Ich bin jetzt echt gespannt. Ich bin jetzt gespannt. Wir gehen schräg runter. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber. L. Kreuz. Kreis. Ja, 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 ja. Yes. 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 Das versöhnt mich wieder mit meinem Fehler. Aber ich habe jetzt eines gelernt. Entschuldigung. L. Kreuz. Kreis. Passt. 18. 18. Yes. 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 Geil. 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 Ja. Nachdem meine erste Euphorie jetzt vergangen ist, was haltet ihr von dem Rätsel? Habt ihr es sofort gefunden oder habt ihr euch auch ein bisschen schwerer getan? Wie gesagt, man muss halt wirklich bei dem Schraubendreher aufpassen. Der knickt irrsinnig leicht. Und wenn ihr in der falschen Dienste seht, sieht man gar nichts. Und wenn man so reinschaut, sieht man gar nichts. Es muss irgendwo hier an der Vorderseite angebracht sein. Und nur durch diese Spiegel. Und weil ich eben so ein bisschen umgeknickt habe hier, war dann auf einmal ein gelbes Feld mit dem Schriftzug drauf. Geile Idee. Cool, cool, cool. Freut mich. Ja. Ich würde jetzt einmal sagen, wir lassen es für heute gut sein. Wir sehen uns einfach dann morgen voll motiviert nach dem heutigen Riesenerfolg für mich. Und verbleibe mit Servus, Christi, Pfirti und Baba. Tschüss. Tschüss.